Kommen wir auf der Zeit lang, hinzugehen, reingeht in die Schikane, die Flashhacks auf 2-Dreh auf, schon vor der Kurve. Ei, 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 ei. Was ist hier heute los in der Flashhalle von Bausenburg? Auf knappe Grenze! Das Extrem-Team-Jeesa auf der 2- Das ist die vierte Platz für die Bühne in diesem Lauf. So, es schaut es hier auch momentan aus. Da war er doch schon vorbei. Platz 1 für die Stadt. Platz 2 für Martin. Von den Black Sharks war Schelitz. Das war ganz, ganz knapp. Da war er eigentlich schon vorbei. Und dann verschaltet er sich. Die Fühler holen sich den dritten Platz mit einem ganz starken Lauf hier. In der Klasse 450 ist das Stunnyteam auf dem nächsten Platz. Vierter Lauf, der zweite Mann, der Herzbubenbande.